Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, der Abschlussbericht des Hessischen Energiegipfels ist, glaube ich, ein Erfolg. Und ich finde es sehr bedauerlich, dass an dieser Stelle doch die eine oder andere kritische Äußerung zu dem gefundenen Kompromiss gleich wieder in den Raum gestellt wird. Das ist richtig. Die Linke hat nicht mitgemacht, das ist aber nichts Neues. Dafür hat sie noch relativ viele Anmerkungen auf der Endbesprechung gehabt und am Ende nicht zugestimmt. Aber alle anderen haben zugestimmt. 30 Akteure haben dem Bericht zugestimmt und außerdem ist es so, dass es richtig ist, dass einige dieser Akteure, auch einige wenige dieser Akteure, auch nochmal die eine oder andere Fußnote abgegeben haben. Aber dann waren alle auf dem Foto und alle haben sich gefreut, dass dieser Energiegipfel zu einem Erfolg geworden ist. Und alle haben das gelobt. Und ich finde es sehr schade, dass an der einen oder anderen Stelle jetzt schon wieder versucht wird, sich dort zu verabschieden. Das ist nicht lauter. Und wenn man dann sagt, dass nach so langen intensiven Beratungen und einer Gesamtzustimmung zu so einem Bericht, zu so einem Ergebnis, dann nachher wieder hier dargestellt wird, als wäre das kein Erfolg und als wäre das viel zu wenig und als wäre das schon wieder an einer Stelle ein Problem. Ich stelle fest, es ist hier was gelungen mit dem Energiegipfel, was Ihnen jetzt nicht passt. Es passt Ihnen nicht, dass wir jetzt hier einen Konsens gefunden haben und Sie vielleicht nicht mehr die Möglichkeit haben, hier alles kritisch oder schlecht zu reden, was die Landesregierung macht. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt, weil wir ja morgen die Generaldebatte führen, gar nicht mehr so tief auf diese Themen eingehen. Sie haben hier als SPD einen Gesetzentwurf vorgelegt, der wenige Punkte aufgreift. Wir haben 55 Empfehlungen im hessischen, aus dem Ergebnis des Energiegipfels in dem 20-seitigen Papier. Haben wir 55 Empfehlungen, Sie greifen hier vier Themen auf. Sie sagen, das sind die Themen, die unkritisch sind und die im Konsens sind. Ich bin der Meinung, dass 55 Themen, die dort drinstehen, generell umsetzbar sind und umgesetzt werden sollten, weil die sind von der überwiegenden Mehrzahl der 30 Akteure des Energiegipfels für richtig empfohlen worden. Und es gibt nur ganz, ganz wenige Punkte, wo es eben Fußnoten nochmal gibt. Und die sind meistens von politischen Akteuren abgegeben worden und weniger von den ganzen Fachleuten, die mit am Tisch saßen. Ich möchte aber trotzdem jetzt, das haben die Vorredner ja weniger getan, mal auf den Gesetzentwurf eingehen. Wir haben ja festgestellt, Herr Kremls, Frau Hammann, andere sowieso, haben hier sich mit 121 HGO abgearbeitet. Das steht ja hier gar nicht drin. Darin geht es ja bei Ihrem Gesetz... Darüber steht doch hier gar nichts drin. Sie haben in diesen zwei Seiten, die Sie hier vorgelegt haben, haben Sie vier Punkte aufgeführt. Und das ist Ihnen, glaube ich, allen klar und den Vorrednern klar, dass das hier nicht das Resultat sein kann des Energiegipfels. Und das kann auch nicht die Energiewende entscheidend vorantreiben. Das ist, glaube ich, allen klar. Einer dieser vier Punkte, die Sie hier vorgelegt haben, beschäftigt sich mit Windkraft. Das, was die Landesregierung gemacht hat, sie hat sehr teuer viel Geld in die Hand genommen, eine Windkarte für die regionalen Planungsversammlungen erstellt, die die jetzt in die Lage setzen, sehr genau und sehr erfolgreich Windenergie umzusetzen. Das ist entscheidend gewesen. Damit können die regionalen Planungsversammlungen sehr verantwortungsvoll sofort, sofort anfangen, entsprechende Voraussetzungen zu schaffen. Die müssen gar nicht auf uns warten. Die können nämlich sofort handeln. Damit schrumpft sich das Papier schon auf viel, viel weniger ein. Aber ich wäre jetzt unfair, wenn ich jetzt sagen würde, das wäre jetzt alles Blödsinn, was da steht. Das ist gar nicht der Fall. Das ist gar nicht der Fall. Ich möchte nur sagen, wer soll es jetzt bitte hier an der Stelle nicht überhöhen? Ich glaube, dass am Ende das, was die Landesregierung vorliegt, vielleicht auch in einem Konsens, ich weiß nicht, wie das passieren wird, die Punkte oder einige dieser Punkte sicherlich wiederfinden in diesem Konsens, aber vielleicht auch in der anderen Formulierung. Die Formulierung an der einen oder anderen Stelle, das muss man nochmal genau überschauen. Das ist immer schwierig, dann im Gesetzestext genau den Wortlaut zu treffen, der vielleicht einem politischen Papier dann eben zugrunde gelegt wird. Das muss man nochmal genau anschauen. Aber ich glaube auch, diesen Dissens, den Sie hier aufbauen, den kann ich nicht nachvollziehen. Wir haben doch Monate jetzt zusammengesessen und haben einen Kompromiss gefunden. Und darum ist das hier, was Sie hier vorgelegt haben, es ist nicht sehr viel. Das ist aber auch nicht unbedingt Ihre Schuld. Aber das, was Sie vorgelegt haben, das werden wir diskutieren. Einige dieser Punkte werden mit Sicherheit auch Eingang finden in das, was die Landesregierung dann hier vorschlägt. Von daher freue ich mich auf die Debatte und denke, der sollte ein bisschen weniger aufgeregt sein bei dem Thema. Denn sonst würden wir die Debatte absurd umführen, die wir viele Monate jetzt mit den Akteuren in dem Bereich geführt haben. Vielen Dank.